Auf über 10.000 Maschinen weltweit steht der Name Wenzel. Davon wird auf bereits vielen Maschinen die Fünfachs-Messtechnologie verwendet. Herkömmliche Scansysteme hatten den Nachteil, dass es eine sehr eingeschränkte Zugänglichkeit zum Werkstück gab. Mit den Maschinen von Wenzel und dem REWO2 können nun nahezu alle Merkmale an einem Werkstück in einer Aufspannung gemessen werden. Das neuartige Design des Messkopfes enthält eine ausgeklügelte Lasermess- und elektronische Signalübertragungstechnologie. Die REWO2 ist das einzige Scansystem für Koordinatenmessgeräte, das die Bewegung von drei Maschinen und zwei Messkopfachsen gleichzeitig steuert und dabei über Messtaster und Oberflächen-Rauheitsmesstaster Werkstückdaten erfasst. Große Datenmengen lassen sich mit dem REWO2 sehr schnell erfassen und Messzeiten drastisch reduzieren. Die Messmaschinen von Wenzel in Kombination mit dem REWO stehen für eine optimale Verbindung zwischen Genauigkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.